Willkommen zu einem neuen Part von einem neuen Projekt, nämlich Pokémon Emerald Green. Ja, was unterscheidet diese Edition denn, oder dieser Hack vom normalen Spiel? Der unterscheidet sich so viel, dass es, ich erzähle mal die Story kurz. Team Rocket hat sich mit einer Organisation zusammengetan, die in Hoenn aktiv ist, und dann haben sie natürlich angefangen, die ganzen Kanto-Pokémon zu jagen, denn Kanto-Pokémon sind ja in Hoenn extrem selten und umgekehrt, und deswegen hat es zu einer Wanderung stattgefunden, wo die Hoenn-Pokémon nach Kanto gereist sind, und die Kanto-Pokémon nach Dings, was ja logisch ist, wo du nicht gejagt wirst, dort wirst du leben. Und ja, das ist eigentlich so die Story, deswegen kann man hier vor allem im hohen Gras, Hoenn-Pokémon fangen, wo wir mal schauen, wie der sonst sich so aussieht. Welcome to Pokémon Emerald Green, version created by Solorifus. Oh, danke. Gut. A new word, we are about to end, we will embark on the adventure, if you are the hero. Speak to people and check things. Ich kenn das doch schon. Genau, komm wieder auf Professor Eich, das ist eben. Hello there, you're glad to meet you. Welcome to the world of Pokémon. My name is Oak. People affectionately prefer me to as the Pokémon Professor. This world is inhabited far and wide by creators called Pokémon. For some people, Pokémon are pets, oder use them for battling. As for myself, I study Pokémon as a profession. Das ist aber schön für dich. But first, tell me a little about yourself. Now tell me, are you a boy? Ja. Let's begin with your name, what's it? Ja, das ist ja klar. Das ist ja in jeder Edition. Scheiss Schweizer, die sind schon überall. Right, so your name is Silu. Ja. This is my grandson. He's been your rival since you were for babies. Äh, what was his name now? Warum Ash? Egal. Wir wissen es nicht. Ähm. Ich will mal ihm einen Namen geben. Äh. Ich hab den perfekten Namen. Wo ist er? Hier, ähm. Oof. Äh. Was ist er? That's right. Remember now. Ich nehm es auf. Silu. Your very own Pokémon Legend is about to unfold. A world of dreams and adventures with Pokémon awaits. Let's go. Scheiss Schweizer. Jetzt haben sie schon einen Doktor-Titel gekriegt. So. Ja. Ich hab schon lange nicht mehr diese etwas modernere Variante gespielt. Aber, wie gesagt, es ist nicht sonderlich schwer. Bis hier ist auch noch nichts anders. Hey, wait. Don't go out. Hallo. Ja, genau. It's unsafe, weil Pokémon live in the tall grass. You need your own Pokémon for your protection. I know. Here, come with me. Ich hab dich fern von den Schweizer. Und früher haben wir mit Speeren gejagt. Ja, die muss man sich in Acht nehmen. So. Hier hat sich nicht viel getan. Hier ist einfach nur Gramps. Und ich hab einfach erwartet. Uff. Let me think. Oh, that's right. I told you to come. Just wait. Hier. Zilu. There are three Pokémon here. Ha. The Pokémon are held inside his Pokéball. So, wenn er was jungen, was a serious Pokémon denn? Deswegen ist auch sein, äh, Pokédex leer. Ja. But now I'm my old age. I have only these three left. You can have one. Go and choose. Auf so rum zu machen. Hey, Gramps. Hey, what about me? Die Patience. Uff. You can have one, two. So, da ich ja, äh, Glomander immer haben möchte, weil Glomander ist geil. Einfach schon nur, weil ich natürlich, ähm, dann keinen Flug Pokémon fangen muss, weil Glorak hier in der, äh, Nickname geben. Es ist männlich. Wir haben ja, Fire. Äh, Glomander, Glomander, Glomander. Ist männlich. Ja, wuuh. Ich hab gar keinen Namen parat für ihn. Äh, joh, wuuh. Das ist noch schwierig zu sagen. Oder soll ich ihm den Standardnamen geben für mein... Ach, kommt. Er ist und bleibt einfach bester Mann. Der Koffing, der ist und bleibt. Auch wenn wir in letzter Zeit etwas weniger Kontakt hatten, ist er, ist und bleibt er trotzdem bester Mann. Ja, ja. Na, du, 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 du. So. Wait, Silu. Let's check out our Pokémon. Come on, I'll take you on. Dum, 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 dum. Ja, genau. Das hier ist ja noch Standard, äh, Hickhack mit Uff, hat ein Squirtle. Und ich hab Koffings. Koffings. Ja, ja. Ja, alter Mann. Mach das nicht zum ersten Mal. Ja, ja. So, komm, ich spüre das mal schnell. So, wir machen mal Stretch. Schlitz. Blub. Ja, ja. Mach das mal schnell. So, wir haben gewonnen. Sehr schön. Wui. Ho, ho, ho. Genau, wir haben ein Level gestehen. Fast zwei Level sind wir gestiegen. Uff, hab verloren. Was? Unbelievable. Objektivon. Pokémon. Ja. Er muss auch Geld zahlen. Der Hacker, ja, ja, jetzt was mich in Frieden. So, genau. Jetzt haben wir ein Glumander. Ich kann euch das gleich zeigen, wenn wir durch das hohe Gras spazieren. Look, look. A copy, what's said? A nutz. Trainer Tipps. Press start to open the menu. Danke. So, ihr werdet es gleich sehen. Wenn wir im hohen Gras sind, hier spawnen nur Zick-Zachs. Zick-Zach-Zach-Zach. Oder ein Schwalbini. Geht natürlich auch. Aber das brauche ich ja jetzt nicht, da ich eben, wie gesagt, ein Flug-Pokémon dann haben werde. Was mir natürlich erlaubt, ein sehr individuelles, größeres Team zu haben. Also, ich glaube, aber was ich auch sagen kann, der Hack ist definitiv nicht Kai so oder irgendwie, also er ist schon ein bisschen anspruchsvoller, vor allem bei den Arena-Leitern hat es geheißen. Was auch immer das heißt. Äh, ich tue mal trotzdem mal schnell kurz die Pokémon restoren hier. So, was drauf mit diesen Anglizismen. Ich meine, natürlich heilen. So, wir müssen ja hier nur in den Markt, weil dann kann ich das gleich schnell machen. So. Ja, ja. Ich spule das mal schnell, das ist dann nichts Spezielles. Dann mache ich das gleich in einem Part, weil dann kann ich nämlich schon gleich in den Vertanier-Wald und dort dann die Teammitglieder holen. Weil ich ganz ehrlich, es gibt ein, es gibt ja nicht zwei Teammitglieder, die ich mir schon überlegt habe. Eins ist ein Ninjas, wollte ich immer schon mal haben. Vielleicht kann man den Kader ja jetzt im Vertanier-Wald fangen. Und Zombiris. Durch den letzten Kaiserhek habe ich gemerkt, das Pokémon ist gemein. Oder vielleicht kann man sich ja auch einen Zwerg-Zwerg-Klops gleich so holen. Aber wir werden sehen. Ich glaube, er läuft jetzt auch von alleine. Nee, ich glaube der nicht. Hallo. Oh, Silu, how was you're seeing? How are Pokémon in battle for the first time? I hope you can bonding with your rare Pokémon. What have something for me? Ja, ja, hier. Parzel. Nicht ein Pippin, ein Pretzel. Ah, es ist ein Custom-Pokémon. I have an order, thank you. Uff. Ah, aufkommt. Ah, man ist vergottet. What do you call me for? What? Alright, I have a request for you two. Und this desk, there is my invention. The Pokédex, the automatically records data on Pokémon you've seen or caught, was it's now nationalized. See you and oof. Take this with you. You can't detail data, man will see, up and then, so here are some tools for catching wild Pokémon. I have five Pokéballs to become, and, I don't know, it's a fair game, just throw a Pokéball and I try to catch it. It doesn't always work, however, in the health of Pokémon, you can escape, you have to be lucky, to make a goalie. Hey, I have my angst for myself, you make a complete guide on all the Pokémon in the world. That was my dream, but I'm too old, I can't get the job now, so I want you two to fulfill my dream for me. You're moving on, you're two. Alright, Gramps, leave it all to me. Silu, I hate to say it, but it won't be necessary for this. I know, I will borrow a town map from my sis. I tell her not to lend you one. Everybody coming around my place. Deswegen hier von der Mama noch nix, das, wie gesagt, ich dachte, das sei erst später der Fall. Ja, genau, wer entledigt hier? Durch all die hohen Pokémon, die hier spawnen, also Zickzacks, Schwalbini. Ich glaube, weiter oben kann man sich sogar schon einen Tusk, aber ich habe den Hack einmal kurz angetestet, zum gucken, ob auch alles läuft. Anscheinend bis jetzt läuft's und ich werde es dann sehen, aber ich habe mich eigentlich daran gehalten, was er oder sie, ich weiß nicht, von wem der Hack genau kommt. Vielleicht daran gehalten, die richtige Version zum Patchen zu nehmen, aber im Moment scheint es zu funktionieren. Genau, ich wollte jetzt zurückbekommen in den Vitale, Bertania Wald, kommt der da hier und babbelt mich voll. Well, now we have my coffee. That's where I need to go. 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 In Pokédex. Oh, yeah, 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 yeah. Ah, ich pull das mal schnell. Yeah, 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 yeah. Super gemacht, so. Ja, ja, ich hab' den mal schnell gespult, der Typ nervt. Er sagt ja nichts, was ich nicht schon weiß. Dum, 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 dum. Wollen wir hier nochmal schnell kurz reingucken, was wir hier so fangen können, was spawned denn hier schön ist? Ich spawned das auch nur zickzacks. Gut, dann wird das sich wohl hier durchziehen. Und da ich ja mit Lomander super trainieren kann hier, wegen Käfer-Pokémon. Schauen wir doch mal, was hier so schön ist. Spawnen tut. Ein Wurmpel. Nein, dich will ich nicht. Aber es ist wirklich nicht High-Level oder so. Oh, es ist wirklich... Ich mag keiner, hat mich dafür gesagt. Spawnt hier schönes. Ich kill den mal, der nervt. Ich will das mal schnell. Vielleicht, wenn ich eins gekillt habe, spawnt mal was anderes als ein Wurmpel. Oho. Dumm, 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 dumm. Okay, hier spawnt nur Wurmpel. Kommt hier noch was anderes, oder? Wir werden es ja gleich sehen. Schilocko. Das müsste dann das Äquivalent zu Saftgorn sein. Nein, ich hätte gerne einen Kader, wenn es geht. Das wäre echt geil. Nee, dich, du nicht. Ich mag keiner. Da kann er ja auch nichts für, aber... Nee, nicht, nicht Wurmpel. Hier oben hat ein paar Schilocko. Hm, komm. Okay, das ist Kasko und... Das war jetzt Pudox und das andere war Papinella. Ach, komm. An den Kader, das wird wohl nicht so schwer sein. Und Kader hätte ich jetzt reingetan für Horn-Lew. Weil... Ah, come on. Okay, hier im Gras finde ich nix. Okay, ich will mal schauen, ob ich eigentlich hier den ersten Trainer schon besiegen kann. Mal gespannt, auf welchem Level das der rumgurkt. Hier, das müsste es der Lose sein. Nein, du nicht. Genau, Potion. Können wir auch gleich heilen, falls wir müssen. Ja, ich bin auf der Suche nach einem Nincada. Oho, ein Geister-Pokémon. Aber noch ein Schuppet. Spannend. Banette ist eigentlich ein geiles Pokémon. Hatte ich selber noch nie. Okay, war wieder so ein Rare Encounter sicher. Wieso alle 300 Jahre mal hast? Ja, genau. War natürlich einer dieser Rare Encounter. Aber man kann sich hier ein Schuppet holen. Okay, es waren nur Grumpel. Ich hätte gerne einen Nincada, wenn es geht. Ja, dich mag keiner. Ich glaube, er lernt auf dem nächsten Level Glut. Ich weiß es gar nicht. War es auf sieben? Ich bull jetzt mal hier schnell. Na ja. Kling. Das hat geklingelt. Im ersten Part. Und learn. Ember, genau. Ember. So. Aber. Ich würde sagen, im nächsten Part machen wir hier weiter. Vielleicht finden wir das Nincada. Und wenn nicht, dann weine ich bitterliche Tränen. Sonst kann man sich überlegen. Schuppet. Warum nicht? Banette hatte ich noch nie. Und Banette ist auch ein fieses Pokémon. Und bis dahin sage ich Peace. Ich bin draußen. Auf Wiedersehen. Dann. Erst.